Hallo Bücherwürmer, ja, wir haben jetzt den Ende, den Ende, ich muss ins Bett, das Ende von Tag 5. Und zwar haben wir es jetzt nämlich genau 0 Uhr und ich habe gerade vor wenigen Minuten den zweiten Teil von Firelight beendet, Flammende Träne. Ähm, ich habe es nicht geschafft bzw. ich hatte keine Lust, sagen wir mal so, ich hätte 100% ein paar Seiten geschafft, aber ich hatte keine Lust in meiner Subleiche zu lesen. Ähm, dadurch, dass ich aber jetzt ein Buch beendet habe, habe ich morgen eine freie Bahn für meine Subleiche und morgen habe ich auch nichts weiter vor. Äh, ja, ich werde jetzt, äh, ins Bett gehen und melde mich dann morgen wieder, ja. Achso, übrigens zu meinem Buch, ähm, ich fand es ganz gut, äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ihn nicht so gut wie den ersten Teil, weil der zweite Teil hat sich jetzt irgendwie so ein bisschen hingezogen, ohne dass wirklich was passiert ist, also, ja, weiß ich nicht. Also, es ist was passiert, äh, was eigentlich auch auf, äh, 100 Seiten passieren hätte können. Also es hat sich ein bisschen hingezogen, sag ich mal so. Aber trotzdem war das Buch ganz gut und ich freue mich auf den dritten Teil, den muss ich mir erstmal noch ausleihen oder kaufen, wenn ich ihn nicht ausleihen kann. Aber das hat noch Zeit. Ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss!